Ich bleib bei dir, du bist erst da und mittels, wenn du high mittels bist. R-E-W-I-N-S-I-D-O Hey Kinder, das ist die zweite Folge vom Omegles da. Ich hoffe, ihr habt sehr, sehr viel Spaß. Die nächste Folge gibt's wieder im Sturmwaffe zu sehen. Die Einleitung werd ich jetzt immer irgendwie offscreen vor der Kamera machen. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst auf jeden Fall 200.000 Daumen hoch da. Kauvert our merchandise, viel Spaß mit dieser Folge. Haut rein! Versteh ich nicht. Kannst du in die Wand springen? An die Wand springen? An die der, ja. Mach mal. Es ist geiler, wenn man die dabei sieht. Ich zieh aber mein Headshot ab, gell. Gutes Headshot aber echt. Dead Schauspielkunst. Geil, guck mal. Die, Digga, alles. Hey, das ist tattelig. Das ist einfach tattelig. Ja, das ist super. Geiles Talent. Versteh ich nicht. Wie bitte? Nee, reicht. Du willst ein Video. Mach's gut, ne? Tschüss. Ja, alles gut. Mama, guck mal. Zwei YouTuber. Zwei YouTuber. Hallo. Hi. Das sind zwei YouTuber. Mama? Zwei YouTuber, die haben über eine Million. Oder keine Ahnung, ich hab's vergessen. Die haben richtig viele Abonnenten. Ich hab's getroffen, guck mal. Die sehen mich, die sehen mich hier. Oh mein Gott, ich bin so oft zu sein. Ich bin mal für E-Rotty, ich finde. Ja, keine Ahnung, oder unreglich, guck mal. So, ich sage, ich bin hier. Guck mal. Und nach dem Gewinn gehen. Ich bin schön mit deinem Schiff. Nein, 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 nein. Hi. Hallo. Ich liebe euch. Ja, danke. Ich liebe euch. Sieht nicht so begeistert aus, deine Mama. Ja. Ja. Ja, ich bin so tätowier mit dem Dreieck. Ich kann sogar Filter anwenden. Mit dem Unterarm-Hydro-Tattoo. Nach einem Blick auf die Stadt von den Beverly Hills. Buchen. Ich gebe einfach nur in den Fing. Mehr paar Dings. Paar Dich. Ich bleib, weil, klick. Du bist erst da und mittels, wenn du high, mittels bist. Was kannst du? Ist aber nicht dran. Warte. Hörst du den? Ne, ich hör dich nicht. Ja, jetzt. Ja, genau. Ja, das ist ein tolles Talent. Weg gehen. Kann man auch mal so sagen. Der geht einfach weg. Oh, hier ist schon wieder Gitarre. Das ist nice. Die Gitarre ist gut. Der sieht auch so ein bisschen dreamy aus, wie so ein Lagerfeuertyp, ne? Auch so mit was auf der Gitarre drauf. Sowas wie, ey, die hübscheste blonde bei mir. Kumbayama laut, sowas, ne? Ja, ja. Alles klar. Was? Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Mhm. Was soll ich das spielen? Irgendwas, das du kannst. Indiana Lied. Auf dem Rücken. Als ob. Ja, war krass. War gut. Als ob. Metallica. Das krasseste ist nur, wenn du das auf einer Bühne machst, sieht das so dumm aus, dass die Leute das echt gut finden. Ja, wie krass das ist. Du siehst da nichts. Und du musst voll umdenken. Ja, ja. Okay, dann geht's so weiter. Ja, nice. Nicht schlecht, Alter. Respekt. Für den ersten Applaus, den ich hier heute gegeben habe. Mach's gut, ne? War gut. Ciao. Ciao. Kamera ist an, ich geh nicht. Guten Tag. I don't give up, eh? Hauptsache, die gibt sogar den gleichen Schüssel ein und dann drücken die weg. Hi. Hi. Ich kann eh was spielen. Mach mal. Okay. Da ist ein Kopfhörer, ne? Ja, ja. Und da sehen wir wieder mal, dass Bass alleine ohne andere Instrumente wirklich ein sehr langweiliges Musikinstrument ist, ne? Ja, es ist ein Bandinstrument. Aber das ist cool. Kannst du ein Solo oder so? Ich kann auch eins. Okay. Smoke on the Water ist das, ne? Nee. Sherry. Sherry, Sherry Lady. Sherry, Sherry Daunter. Tschüss. Kann ich jemanden grüßen? Nee, das ist ja nicht Ultratalent. Ultratalent nur. Ultratalent nur. Ja, tun uns leid. Ja, tun uns leid. Außer du hast ein Schild gebastelt, weißt du? Kann ich ein Schild gebasteln? Wir sehen uns bestimmt noch zweimal. Ja, wir sehen uns eh nochmal wieder. Ja, genau. Wir müssen gleich, du tschüss. Kannst du was? Was denn? Den hältst du noch bei denen, ne? Der hat's verwandelt. Der hat's verwandelt. Der hat's verwandelt. Oh, jetzt sind wir da. Mach's nochmal. Ja, das war voll krass. Zauberer, mach nochmal. Das war der beste bis jetzt. Mach nochmal. Einmal noch zaubern, bitte. Einmal kurz nur Zauberei. Warum lacht er uns aus? Ich bin leider, leider Zauberer. Warte, jetzt. Gleich sitzt da einfach wieder ein anderer. Pass auf. Hä, wo ist der Typ? Hä, was macht der? Wo ist der Junge mit dem blauen Shirt? Check ich jetzt auch nicht. Wer ist denn mit dem Schnurrbart? Ich hab überhaupt keine Ahnung, was da abgeht. Ey, das ist richtig krass, man. Mega verrückt, Alter. Hä? Hä? Digga, du musst mal drauf achten. Da sitzt immer ein Kerl mit Schnurrbart bei dir am Stuhl plötzlich. Würde ich aufpassen. Ehrlich jetzt. Das wäre gefährlich. Nicht, wenn der alkoholsüchtig ist und dich umbringen will, Alter. Der glaubt, der wohnt in deinem Schrank. Guck mal in deinem Schrank. Nicht? Okay, dann geh ich. Tschüss. Komm. Noch eins. Doch. Tut mir leid. Du bist immer noch nicht duschen. Du hast dir eine Pepsi-Flasche überm Kopf geschüttet, Digga. Was los? Okay, jetzt kannst du die Abmoderation übernehmen. Mit deinem Talent. Jetzt musst du sagen, kauf mein Merch, lass einen Daumen hoch, dann schau bei Sturmwaffe vorbei. Kriegst du das hin? Kommt Riebi, ist Merch, schau bei Riebi vorbei. Sturmwaffe? Ne, ist okay. Aber können ruhig bei Riebi bleiben. Genau, alles klar. Tschüss, ne? Tschüss. Tschüss. Ja, Leute. Das, äh. Das, äh. Das war ganz geil. War's von dieser Folge. Nächste Folge dann. Kauft mein Merch. Genau. Ihr seht's, Leute. Lasst einen Daumen hoch da. Kauft mein Merch. Schau bei Sturmwaffe vorbei. Und ich hoffe, dass... Dann kommt die nächste Folge dann, ne? Genau. Immer abwechselnd. Genau. Abwechselnd. Also nächste Folge ist dann wieder bei ihm und dann wieder bei mir und hin und her. Also nur, dass ihr wisst. Und, ähm. Ich bin's Bauer Niklas. Super Bauer Niklas. Ich bin stolz auf dich. Mach's gut. Haut rein. Tschüss. Tschüss.